Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Oberkassel. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 126 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 2800 Euro pro Monat. Wir freuen uns hier näher zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020